Let's get this show on the road Black Widow ist aber Marvel ganz sicher aber also Marvel Universum auf jeden Fall Wolverine müsste noch dazu gehen, genau Wolverine müsste noch dazu gehen, genau Wolverine ist ja X-Men Und X-Men ist Marvel Ja sag ich ja, das habt ihr aber schon We nailed it back We nailed it back Enemy is hit Enemy is hit We nailed it back Enemy armor is damaged We nailed it back That's gotta hurt They are hit Our cannon is hit Looks like that one went right through Enemy vehicle destroyed Enemy is hit Enemy is hit It's kinda nice Enemy armor is destroyed Enemy is hit Enemy is hit We snatch We govern the world to you We fields the world to you Mean the world to you 월 We do your complaint though When you're in a villain Down As soon as We give you my wern Mama People הien They're hit Oh, fuck. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einige. Darf ich nicht vergessen, dass es ja zu vielen schon Vorfilme gegeben hat. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einige. Gutes Game. Gut Game, Gut Game. Hm, die Serie kenne ich gar nicht von blöd. Oh, jetzt kippt's schon die. Fuh. Green Lantern. Green Lantern? Das ist Marvel. Das stimmt. Oh. Oh. Nice Game. Nice Game. Nice Game. Nice Game. Ähnlich mal. Ich hab den Telefon. Ich hab den Telefon. Ist der Tanker.